Im heutigen Video möchte ich euch einmal zwei Aktien vorstellen, die ich aktuell und auch für die Zukunft sehr spannend finde. Also ein Auszug aus meiner Watchlist und warum zum Teufel hier gerade ein ehrkönigtes Bild fährt, das erkläre ich dir direkt nach dem Intro. Viel Spaß beim Video! Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es einmal um zwei Aktien gehen, die ich jetzt aber auch auf Sicht von 10, 20 Jahren hin sehr spannend finde. Also wo ich das Chance-Risiko-Verhältnis nach wie vor als sehr gut betrachte und den Anfang macht mal wieder VW. Da muss ich euch einfach nochmal erneut mit auf den Sack gehen mit dem Thema VW. Ich habe ja schon einige Videos jetzt gemacht pro VW und contra Tesla so ein bisschen und möchte auch jetzt in diesem Video das Ganze nochmal bekräftigen. Der Tesla-Kurs ist ja in den letzten Monaten nach oben geschossen und da kann man ja nur alle beglückwünschen zu. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass das Chance-Risiko-Verhältnis, auch was Elektromobilität, was Mobilität an sich betrifft, bei VW einfach nach wie vor viel besser ist. Und hier möchte ich euch nochmal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Aber wie gesagt, das alles ist nun mal eine private Meinung. Das Ganze ist hier nur ein bisschen Unterhaltung für euch. Und wenn ihr euch eine Aktie kauft oder verkauft, dann müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal selbst Gedanken machen. Und deswegen gibt es natürlich auch hier keine Haftung für Gewinne oder Verluste. Fangen wir jetzt mal mit VW an. Ich möchte jetzt einfach mal erzählen, warum ich das Chance-Risiko-Verhältnis persönlich bei VW besser finde als bei Tesla. Und das Ganze seht ihr hier schon mal auch an diesem einfachen Mini-Chart. Den habe ich bei Welt.de gefunden. Und das sind einfach nur die Perkaufszahlen 2019. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf hin, auf den Vergleich Tesla-Klein und VW so groß. Das haben wir jetzt schon alles sehr oft gehört. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen oder darauf hinweisen quasi, dass VW als Konzern ja alles richtig gemacht hat. Und genau dieses Konzerndenken ist auch das, was meiner Meinung nach VW so ein bisschen größer und stärker macht. Die Erinnerungen kommen da für mich hoch an Snapchat und Facebook. Das hat Instagram alles super kopiert und Snapchat war am Ende. Und das ist genau das, was VW jetzt gemacht hat. Wir gucken uns einmal an. Der Verbrennungsmotormarkt läuft ja noch oder lief noch und läuft auch in den nächsten Jahren noch. Und VW hat das einzig Richtige gemacht. VW hat abgewartet. Vielleicht in manchen Augen auch zu lange. Aber VW hat abgewartet. In dem Sinne hat quasi nicht die ganze Firma zu früh umgedreht. Hat noch Gewinne erwirtschaftet. Im alten Verbrennermarkt hat er quasi sein Geschäftsmodell profitabel erhalten. Hat aber jetzt im Hintergrund die Forschung für Elektro so weit vorangetrieben, dass jetzt der ALD3 in diesem Jahr bzw. jetzt letzte Woche auch ausgeliefert wird. Und das ist das, was ich meine. VW hat aus einer Marktposition als, sagen wir jetzt mal, Marktführer mit Toyota, quasi mit einem alten Geschäftsmodell die Forschung fürs neue Geschäftsmodell komplett zu bezahlen. und hat es jetzt geschafft quasi die ersten Autos auf den Markt zu bringen. Die mögen vielleicht noch nicht so gut sein wie die von Tesla. Aber in den nächsten Jahren werden 50 Milliarden Euro in Elektroforschung reingebuttert. Und überlegt mal, jeder dieser Hersteller, den ihr jetzt hier unten seht, ist auch bei der Elektroforschung jetzt dran. Und jeder dieser Hersteller, ob jetzt BMW, ob Mercedes, ob ihr seht es ja hier unten alle, die ganzen Marken. Jeder dieser Hersteller bringt jetzt auch Elektrofahrzeuge raus. Und der Markt für Tesla wird einfach immer dünner. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, ihr könnt mich in 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren auf diese Videos festnageln. Ich werde sie nicht löschen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass nicht das Chance-Risiko-Verhältnis bei Tesla gut ist, sondern dass das Chance-Risiko-Verhältnis bei VW gut ist. Und VW ist auch eine Marke und auch mit den ganzen Tochtergesellschaften hatten die viele Marken auch im Portfolio, die sich in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder bewährt haben und die auch immer wieder auf den neuesten Stand der Technik immer wieder gekommen sind. Einfach auch ein Branding haben und ein Netzwerk haben, was einfach die Marken bekannter ist. Einfach sowas von groß. Und bei Tesla, ich finde Tesla auch super. Ich hätte auch gerne einen Tesla nach wie vor, weil ich den schon gut finde und geil finde. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass bei Tesla einfach wenig Substanz mittlerweile drin ist. Für die Marktkapitalisierung, die Tesla jetzt aktuell hat, da wird quasi schon vorausgesetzt, dass Tesla mal Marktführer wird weltweit. Und das nicht erst in 30 Jahren, sondern relativ schnell. Und für mich ist das einfach sowas von mittlerweile fernab von der Realität. Wenn ihr seht jetzt hier mal von 2019 nochmal die Verkaufszahlen. VW 10,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Ja. Und Tesla 0,37 Millionen. Klar, natürlich 50 Prozent Wachstum, was aber dieses Jahr auch nicht mehr so stark ist. Und trotzdem ist Tesla x-fach mehr wert an der Börse als VW. Und wir sind jetzt im Moment in einer Zeit, wo Tesla enorm gehypt ist. Und wenn ein Unternehmen gehypt ist, fliegen andere Unternehmen immer auch so ein bisschen unterm Radar. Und der Hype bei Tesla ist so groß, dass VW meiner Meinung nach auch total unterschätzt wird. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe VW-Aktien, ich habe keine Tesla-Aktien. Also ich könnte da auch durchaus einen kleinen Interessenskonflikt haben. Man weiß es nicht. Gucken wir uns einmal nochmal hier ganz kurz die Roadmap von VW an. Nur mal ganz kurz, ich will euch hier nicht zu lange langweilen. Bis 2025 kommen 80, nicht 8, 80 neue Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle auf den Markt. VW ID 3, VW ID 4. Und dann kommen einfach nochmal 78 verschiedene Modelle raus in den nächsten 5 Jahren. Und sowas kann nur ein Konzern mit der Größe von VW, Toyota, Ford, sagen wir mal, diese Größenordnungen. Dafür wäre Tesla gar nicht in der Lage. Gucken wir uns einmal ganz kurz, nochmal ein kleines Shoutout hier an den Kanal RobinTV, Blau Elektromobilität. Sehr cool, könnt euch auf jeden Fall mal einziehen. Und der hat einen R-König, den ID 4 gefunden. Und das habe ich ja gerade im Intro schon mal gezeigt. Und da seht ihr auch mal hier so ein bisschen, wie der ganze Schinken aussieht. Ich will jetzt hier gar nicht so lange das Video laufen lassen. Finde ich aber erstmal an sich ein schönes Auto. Was mich aber interessiert, ist auch einfach mal random in die Kommentare zu gucken. Ja, jetzt hier Research der etwas anderen Art. Aber sorry, sowas mache ich auch mal gerne. Und hier einfach mal reinschauen und mal gucken, wie denn dieses Auto denn so ankommt bei den Leuten. Und das ist jetzt kein VW-Kanal, sondern das ist einfach nur jetzt zum Beispiel mal hier ein Kanal, der einfach alles zeigt. Also hier alle möglichen E-Autos. Und deswegen ist es hier auch mal ganz spannend, in die Kommentare zu gucken. Und dann guckt mal hier in die beliebten Kommentare. Model Y storniert, wenn der ID 4 billiger wird als Model Y, wird es wohl mein erstes E-Auto, Voltwagen. Das neue VW-Design ist einfach cool, schön, frisch und positiv. Wenn man i3 nächstes Jahr aus dem Leasing geht und und und. Also ihr seht, durchweg kommen diese Autos positiv an. Und ja, der ID 3 ist jetzt zum Beispiel auch in einem oder anderen E-Auto-Magazin zerrissen worden. Aber das war ja zu erwarten. Auch Tesla wurde ja 100 Mal zerrissen. Spaltmaß hier irgendwie da. Das ist einfach ein ganz neu entwickeltes Auto. Das ist ja jetzt nicht so wie VW Golf 5, 6, 7, sondern das ist ja ein ganz neues Auto. Ganz neu entwickelt. Alles komplett auf Elektro gebaut. Und ich glaube, Leute, guckt euch das nochmal an. Und vielleicht sehen wir ja schon in den nächsten Monaten so die ersten Hinweise, dass hier was gehen könnte in dem Bereich, wenn dann die E-Auto-Zulassungen von dem ID 3 auch mal rauskommen. Und man auch wirklich sieht, wie viele Autos denn jetzt wirklich auf die Straße kommen. Und was VW dann wirklich auch leisten kann. Und wir gucken uns das einfach nochmal alle paar Monate an, das ganze Thema. Also wie jetzt auch wieder. Das war ja, wenn ihr wollt, so ein bisschen jetzt ein Update-Video. Ich habe das ja schon mal öfter angesprochen, das Thema. Und das soll jetzt erstmal zu VW sein. Ich wollte euch damit jetzt nicht zu sehr auf den Sack gehen. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen übertrieben habe. Aber ich finde das einfach cool. Und ich finde auch mal, dass man sich auch mal ruhig mal auch außerhalb der Chart und Kennzahlen im Unternehmen nähern kann. Und man einfach auch mal guckt. Also allgemein, ob denn auch die Strategie, die ein Unternehmen jetzt fährt, ob man die gut findet. Oder dass es vielleicht eine Strategie ist und Strategiewechsel jetzt auch ist, der auch in Zukunft einfach gut ins Bild passt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, VW hat bis jetzt alles richtig gemacht. Ich sehe das alles nicht so, dass das alles zu spät aufgegriffen wird. Ich sehe das nämlich genau richtig jetzt. Die Prämie ist da und VW ist mit den Autos da. Diese Planbarkeit, die hat jetzt Tesla mühevoll erarbeitet. Und jetzt ist der Markt quasi bereit für die großen Brands. Und jetzt kommen die großen Brands. Und jetzt kommen VW, jetzt kommen BMW, jetzt kommen die großen Ami-Firmen, jetzt kommen die großen China-Firmen raus mit ihren Mainstream-Modellen. Und dann müssen wir mal gucken, wo Tesla in den nächsten Jahren landen wird. Also ich bin von Tesla als große neue Amazon, Apple, Microsoft-Brand überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube, Tesla wird natürlich seinen Marktanteil haben. Aber ich glaube, dass der Marktanteil nie viel höher sein wird als jetzt. Das ist jetzt einfach mal mein Statement zu Tesla und VW und so weiter. So, das soll jetzt erstmal zu VW gewesen sein. Also VW befindet sich auf gutem Weg zur Nachhaltigkeit. Und das ist wieder die perfekte Überleitung für meine zweite Firma, die ich beobachte. Weil ich auch das Geschäftsmodell einfach klar finde. Weil ich die Strategie gut finde. Und weil ich das auf lange Sicht einfach positiv bewerte. Egal jetzt, wo der Aktienkurs gerade steht. Sondern einfach nur die Aussicht finde ich einfach gut. Und das ist Froster. Froster hat 2003 das Original Froster Reinheitsgebot ausgerufen. Hat quasi die ganze Produktion von konventioneller Produktion mit allen möglichen Zusatzstoffen, Aromazusätze und so weiter, Geschmacksverstärkern komplett eingestampft. Und hat komplett auf Zusatzstoffe verzichtet, wie ihr das hier schon seht. Und hat damit richtig eine Bruchlandung erlebt. Und die Umsätze sind eingebrochen. Die Kunden haben es überhaupt nicht richtig verstanden, warum die Produkte immer teurer geworden sind. Niemand hat es verstanden. Das Ganze hat ein paar Jahre gedauert. Und jetzt ist Froster aber, ich glaube seit 2008, 2009 oder 2010, auch wieder ein bisschen zurückgekommen zu alter Stärke. Und das Thema Nachhaltigkeit will Froster jetzt noch weiter vorantreiben. Und möchte jetzt quasi weiter einfach die Vorreiterschaft ausbauen. Die Zutaten sind ganz klar deklariert. Wenn ihr im Supermarkt seid, könnt ihr euch das ja mal bei Froster auf so einer Packung mal anschauen. Die Herkunft der Zutaten ist sogar ganz klar deklariert. Also wo aus welchem Land kommt welche Zutaten, finde ich richtig krass. Und das Ganze soll sogar noch so weit ausgebaut werden in den nächsten Jahren. Das geht ja auch so ein bisschen in Richtung Technologie. Das nachvollziehbar ist und das auf dem Produkt aufgedruckt ist, welcher Fischer dein Fischstäbchen gefangen hat. Also welcher Fischer wo auf der Welt dein Fischstäbchen gefangen hat. Und das ist da einfach mal aufgedruckt. Und sowas machen die jetzt im Moment so, da sind die dran. Und das soll jetzt in Zukunft kommen. Manche Sachen sind auch schon da auf den Packungen. Das ändert sich so ein bisschen immer. Plastik soll weg. Da kommen jetzt Papierverpackungen und so weiter. Also Froster an sich, die Idee ist natürlich super geil. Keine Frage. Aber Froster hat so ein bisschen noch dazu mit zu kämpfen, mit der Wirtschaftlichkeit und mit der Rendite. Die ist aktuell noch sehr gering. Ich glaube 3% oder so, wenn ich auswendig weiß. Und so ein bisschen marktüblich. Ich glaube Kraft Heinz oder so hat 10, 12%. Und irgendwie so, also irgendwie zwischen 10 und 12, 13% bewegt sich so die große Konkurrenz. Also ihr seht, das Ganze ist also ein Projekt, wo Froster nach wie vor noch so ein bisschen mit zu kämpfen hat. Aber ich glaube trotzdem, und das sieht man auch schon im Aktienkurs auf jeden Fall, dass da nicht alles super läuft. Aber trotzdem ist das für mich ein Ausblick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht ein spannender, spannendes Produkt. Wir können ja einfach nochmal hier auf die Homepage gucken, da könnt ihr euch nochmal austoben. Könnt ihr vielleicht auch nochmal lesen. Hier könnt ihr alles über Nachhaltigkeit nochmal, Produktion, Verpackung, Zutaten, alles mögliche nochmal durch durchlesen. Auch hier nochmal hier das Reinheitsgebot über die einzelnen Zutaten hin und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Hier wird zum Beispiel nochmal über die Konkurrenz hergezogen. Also richtig nachhaltig. Die sind nur nachhaltig. Man merkt richtig, dass sie da richtig auch das ganze Leben, das Ganze auch vorangetrieben wird. Sondern nicht einfach nur das Ganze so ein Werbegag ist. Sondern dass die ganze Firma Froster als kleiner Familienbetrieb da auch hinter steht. Und das Ganze auch vorantreibt. Und das finde ich an sich gut. Und deswegen ist Froster bei mir ganz oben auf der Watchlist. Jetzt würde mich aber auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr diese beiden Firmen VW und Froster seht. Seht ihr das ähnlich wie ich? Oder bin ich vielleicht auf einem kompletten Holzweg? Oder ihr seht das ganz anders? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video am Donnerstag um 9 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen.